Mama, ich geh jetzt mit Tim raus Fußball spielen. Okay, mein Schatz, viel Spaß. Wobei, warte mal, hast du überhaupt schon dein Zimmer aufgeräumt? Ja, mein Zimmer hab ich schon aufgeräumt. Na, da bin ich aber mal gespannt. Dann geh ich schon mal hoch, dann komm ich gleich nach. Wow, du hast ja wirklich aufgeräumt. Ja, hab ich doch gesagt. Willst du mich verarschen? Das ist nicht dein Ernst. Komm her, Freundchen.